Level 54. Nicht mehr weit, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Yeah, erbim. Boah, hallöchen, popöchen. Hab ich mir irgendwie gedacht, dass das jetzt passiert. Soll ich da jetzt hochkommen? So vielleicht, genau. Wäre eine Option. Ruhe! 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 Gianna gibt schon sehr schöne Töne von sich, muss ich sagen. Ja, so zum Beispiel. Bei diesem blöden Gras sieht man oft nicht, wo der Abgrund anfängt. Na klar. Sicher. Green Bubble! Das klappt nicht. Das klappt nicht! Och, Mann! Jetzt reicht's bald mal, guckt euch das an hier. Noch einen Versuch hab ich. Das war's dann wohl. Ich dachte, das geht nicht so. Ja, nur... Das hab ich gestern schon mal gesagt. Wenn ich die Wahl zwischen Feuer und Stachle hab, nehm ich Feuer. Passt schon, passt schon. Alles tut die, alles perfetto. Das klappt nicht. Doch. Nein! Boah, was ein perverses Level. Oh, Mann, heute geh ich wirklich am Stock, wenn ich hier fertig bin, hiermit. Natürlich, selbstverständlich. Oh, wie lustig. Oh, wie lustig. Er hat gefällt. Let's fail, Jaina's Return. Oh, danke. Ich hasse dich. Eine Berührung noch nicht, bin tot. Wollte ich nur mal so sagen. Genau. Wenn ihr schwach beseitet seid, liebe Leute, spielt das Spiel nicht. Das kostet zu viel Nerven. Ja, 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 ja. Oh, sag mal. So, da war jetzt ein bisschen Wut drin in diesem Sprung. Ich hasse dich nicht. Ich hasse dich, 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 dich. Ich hole dich unter deinem blöden Stachelhelm vor und... Und spiel dir 24 Stunden am Tag Flippers-Musik vor. Oh, Mann. Das Spiel ist so schön. Juhu, Sauscheine. Ja, ja, ja. Klar. Spiele, du kleine Kröte, du. Das Spiel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich lerne es nicht. Ich lerne es nicht. Ich lerne es nicht. Lalalalalala. Unlängst sagte ich noch, eigentlich fände es schade, dass das Spiel schon langsam vorbeigeht. Aber jetzt würde ich sagen, es wird Zeit, dass Schluss ist. Oh, da ist echt langsam keine Bocke mehr. So ist richtig. Ach, du mich auch. Ich habe das Gefühl, oben ist sicherer, aber hallo. Da warte ich mal auf Willi, die brummende Mücke. Aber der kommt, glaube ich, nicht mehr. Na gut, gehe ich schon mal vor. Ah, hier ist es besser so. Okay, Achtung, Stachel, Stachel, Stachel. Da ist das Ziel. Da darf ich dran. Ey, bin ich gut, ey, 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 voll, ey, groß, ey. Wir sind im letzten regulären Level. Ein Wunder. Unfassbar. Letztes Level vor dem Endboss. Ich habe das Gefühl, das wird nochmal richtig brutal. Ja. Ja. Das ist jetzt wieder leichter. Ich verstehe es manchmal nicht. Also bis jetzt, bis zum Checkpoint war es ziemlich kiki, muss ich sagen. Leben. Ich muss wieder runter. Ein Mast. Downstairs again going. Soll ich nach hochkommen? Ja. Komme ich da über diese komische Mücke hoch? Kann ich mir nicht vorstellen. Nö. Nö. Äh, nö. Ich glaube, so muss ich gehen. Ja, ja, dann rechts. Ja. Das ist unfair. Aber es ist zu schaffen. Es ist zu schaffen, wenn auch nicht einfach. Ich weiß nicht, was jetzt besser ist. Rechts da versuchen, das Feuer zu umgehen oder da hoch zu springen. Ist es nicht. Wisst ihr die Antwort? Nee, hier. Das klappt nicht. Da gehe ich drauf. Da gehe ich auch drauf. Okay, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Schwere Stelle. Nein, herkomm. Hättest du wohl gern, Freundchen. Blödes Ding. Checkpoint. Aua. Leben, Leben. Nee, da kommt man nicht hoch. Leider. Leider. Ich versuche jetzt mal rechts, wo das Feuer ist, vielleicht klappt es ja da besser. Ich kann mich das aber nicht vorstellen. Weil die Stelle sieht noch schwerer aus, finde ich. Finde ich jetzt mal. Nee, das geht ja überhaupt nicht. Ich muss es links versuchen. Ei, geht's noch. Die erste Hälfte des Levels ist ja sowas von einfach, aber dann werden die ganzen Geschütze aufgefahren hier. Yes, sir. Nein, ich wollte mal, ich war mal wieder Rubin geil. Okay, okay. Aber ich bin schon, bin schon ziemlich froh, dass ich weiß, dass es klappt. Dass überhaupt möglich ist. Da war ich aber natürlich wieder so geil auf die scheiß Rubine da oben. Da wollte ich wieder zufühlen. Wie so oft. Das ist nochmal mein Tote. Okay, neue Person. Ist überhaupt noch jemand da? Guckt noch jemand zu? Ich glaube nicht. Das Video wird in die Geschichte eingehen. Als das am wenigsten angeklickte YouTube-Video. Eine Netzleiche wird das werden. Hey. Jetzt machen wir es mal richtig und gehen so um. Schön. Hey, da hinten ist ein Bonusraum, sehe ich gerade. Deswegen ist hier auch ein doppeltes Ding hier. Hier ist eine Linie. Schneller. Zack. Leben. Ja. Polizei. Vorsicht. Danke, Biene-Maria. Danke, Biene-Maria. Da wären wir mal wieder. Danke!